Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Screencast der Reihe Einführung in die Kostenrechnung. Wir kommen nun zum letzten großen Block der theoretischen Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung, nämlich die Teilkostenrechnung. Zunächst werden wir über Systeme der Teilkostenrechnung sprechen, bevor wir uns intensiv mit der Break-Even-Analyse beschäftigen werden. Anschließend werden wir nochmals über verschiedene Kostendimensionen sprechen, um abschließend in einem gesonderten Screencast eine Übung zur Teilkostenrechnung im Zusammenhang mit der Break-Even-Analyse durchzuführen. Im Wesentlichen werden die zwei Kostenrechnungssysteme unterschieden erstens die Vollkostenrechnung, über die wir bisher primär gesprochen haben, und zweitens die Teilkostenrechnung, über die wir in der Zukunft reden werden. Definiert ist die Teilkostenrechnung als eine Kostenrechnung, mit der die Kosten aufgeteilt werden, daher auch der Name. Und zwar werden die Kosten aufgeteilt in einerseits beschäftigungsabhängige Kosten und andererseits beschäftigungsunabhängige Kosten. Die beschäftigungsabhängigen Kosten werden auch variable Kosten genannt. Im Gegensatz dazu werden die beschäftigungsunabhängigen Kosten als fixe Kosten bezeichnet. Das zentrale Ziel der Teilkostenrechnung ist es, die Aussagen der Kostenrechnung qualitativ deutlich gegenüber der Vollkostenrechnung zu verbessern. Die qualitative Verbesserung bezieht sich auf Aussagen zu Kosten, zu Erfolg, zur Preispolitik, der Programmpolitik und auch zu Make-or-Buy-Fragen. Sie sehen, es geht primär um die Bereiche, die wir auch schon bei der Kostenträgerrechnung angesprochen haben. Fixkosten werden auch Strukturkosten oder damit Kosten genannt, denn diese Kosten entstehen, damit überhaupt produziert werden kann. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Unternehmen gründen. Damit Sie die Produkte herstellen können, benötigen Sie Räumlichkeiten, in denen Sie produzieren können. Die Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Räumlichkeiten entstehen, wären Fixkosten, denn Sie sind unabhängig davon, ob Sie etwas produzieren, wie viel Sie produzieren oder ob Sie gar nichts produzieren. Es sind Kosten, die Ihnen entstehen, damit Sie überhaupt Ihre Produktion aufnehmen können. Im Gegensatz dazu stehen die Variablenkosten, auch Grenzkosten, proportionale Kosten oder Weilkosten genannt, denn sie entstehen, weil produziert wird. Denn wenn Sie nun in den eben angesprochenen Räumlichkeiten mit der Produktion beginnen, verbrauchen Sie Material, um Ihre Produkte herzustellen. Dieser Materialverbrauch entsteht nur, weil Sie produzieren und steigt mit der Produktionsmenge bzw. sinkt mit der Produktionsmenge. Diese Kosten sind also variable Kosten. Ihre Höhe hängt nämlich davon ab, wie viel Sie produzieren. Mengeneinheitsbezogen wird der Deckungsbeitrag als Differenz zwischen dem Preis pro Mengeneinheit und den variablen Kosten pro Mengeneinheit definiert. In einer mathematischen Formel ausgedrückt werden in der Kostenrechnung immer dann, wenn es um Mengeneinheitsbetrachtungen geht, Kleinbuchstaben verwendet. Der Stückdeckungsbeitrag, also klein db, wird also als Stückpreis, klein p, minus variable Kosten pro Stück, klein kv, ausgedrückt. Der zeitraumbezogene Deckungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz des Umsatzes in einem Zeitraum und dem im gleichen Zeitraum entstandenen variablen Kosten für diesen Umsatz. In den Formeln werden Zeitraumbetrachtungen immer mit Großbuchstaben versehen. Der in einem Zeitraum erzielte Deckungsbeitrag, also Großdb, wird also als Umsatz Großu minus variable Kosten Großkv formelmäßig dargestellt. Natürlich unterscheidet sich auch die Ergebnisrechnung im Rahmen der Teilkostenrechnung von der Ergebnisrechnung in der Vollkostenrechnung. Bei einer stückbezogenen Betrachtung wird das Stückergebnis als Deckungsbeitrag pro Stück abzüglich den fixen Kosten pro Stück definiert, was formelmäßig wie dargestellt beschrieben wird. Entsprechend wird bei einer zeitraumbezogenen Betrachtung das Betriebsergebnis als Deckungsbeitrag im Zeitraum abzüglich den fixen Kosten im Zeitraum beschrieben. Auch in diesem Fall erklärt sich die Formel von selbst. Bei der stückbezogenen Betrachtung ist allerdings ein wesentlicher Punkt zu beachten, weshalb ich hier den Blitz habe einschlagen lassen. Nachdenklich machen sollte sie der Begriff fixe Kosten pro Stück. Ursache ist die Tatsache, dass sich die fixen Kosten pro Stück natürlich in Abhängigkeit von der Produktionsmenge verändern. Das heißt, wenn Sie in Ihrer vorhin besprochenen Halle 1000 Stück in einem bestimmten Zeitraum herstellen, so verteilen sich die fixen Kosten der Halle dieses Zeitraums auf 1000 produzierte Einheiten. Stellen Sie in einem Vergleichszeitraum aber nur 100 Stück bei den gleichen absoluten Fixkosten her, so können Sie die Fixkosten aber nur auf 100 Stück verteilen, was bedeutet, dass pro Stück zehnmal höhere Fixkosten anfallen, als wenn 1000 Stück hergestellt worden wären. Daraus folgt, dass die Betrachtung eines Stückergebnisses unter Einbeziehung der fixen Kosten pro Stück nur dann Sinn macht, wenn die Veränderung der zugrunde liegenden Stückzahlen mit berücksichtigt werden. Den Effekt rückläufiger Fixkosten pro Stück bei steigender Produktionsmenge nennt man Fixkostendegression. In der Teilkostenrechnung sind aktuell folgende Systeme relevant. Zunächst ist die einstufige Deckungsbeitragsrechnung, auch Direct Costing genannt, zu erwähnen. Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung, auch Fixkostendeckungsrechnung oder stufenweise Deckungsbeitragsrechnung genannt, wird der Bereich sein, mit dem wir uns im Folgenden hauptsächlich beschäftigen. Daneben gibt es noch die Deckungsbeitragsrechnung mit relativen Einzelkosten, auf die wir nicht weiter eingehen werden, ebenso wie auf die Grenzplankostenrechnung. Das soll für das Erste genügen. Wir sehen uns im nächsten Screencast. Bis dahin viel Spaß und hohen Wirkungsgrad. Tschüss! Tschüss!